Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Anime-Empfehlung. Ja, kommen wir zu Gate und ist eigentlich recht lustig. Hier spielt eben halt die reale Welt, ging halt auch zu dieser Fantasy-Welt. Und ja, es handelt sich um den Itami. Er ist ein waschechter Otaku, steht auf Animes, Mangas, Games und anderen japanischen Merchandising. Er lebt auch in Shibuya, also in Tokio. Und ja, irgendwann werden sie halt in einer Zeit angegriffen von Fabelwesen wie Drachen-Orcs, auch so welche Drachenreiter und sowas halt alles. Und Itami setzt sich da auch sehr gut zur Wehr und ja, die haben eben halt die zurückgeschlagen. Und weil eben halt ein Tor erschienen ist, wo eben halt diese reale Welt mit dieser Fantasy-Welt so gesehen auseinanderhalten tut. Und in dem Sinne wurde er dann irgendwann halt auch befördert. Ähm, natürlich will er auch seine, ähm, sein Hobby auch weiter finanzieren können. Darum ist er halt auch beim Militär. Und, ähm, ja, dann wurden eben halt jetzt alle berufen, in dieser Fremdenwelt zu gehen. Sind alle auch dann, äh, dort erschienen. Und dann auf einmal werden sie dann überrascht von einer, äh, einer gigantischen Armee. Ähm, von, äh, Bogenschützen, ähm, Reitern und sowas alles. Ähm, also, sprich, also, also, so, diese mittelalterlichen Sachen. Aber sie konnten die eben halt wieder zurückstoßen. Und, ja, es sind viele Verluste gefallen zwischen denen. Und, äh, naja, natürlich wurde jetzt irgendwann Itami dann zum, äh, dritten Aufklärungstrupp, äh, als Anführer zusammengestellt worden. Und sollte da erstmal erkundschaften. Dann sind die dann, ähm, bei so einer verbrannten Stadt angekommen, wo alles niedergebrannt worden ist. Dank eines Feuerdrachen. Und die werden eben halt, äh, dennächst irgendwann auch später angegriffen. Und, äh, naja, natürlich werden, treffen sie irgendwann aber auch auf ein Fabelwesen, also eine Elfin. Und, äh, die wollen die eben halt den wieder zurückbringen, also zur, äh, zur Sicherheit. Und, ja, irgendwann treffen sie auch auf andere Einwohner, ähm, denen sie dann zusammenschließen werden. Sprich, äh, sprich wie eine Magierin, eine, eine Lolita, kann man so sagen. Also eine, ähm, Apostel, eine Todesgöttin oder sowas. Auf jeden Fall, die hat auf jeden Fall so eine große Axt benutzt, aber so eine Art wie so eine Sense. Auf jeden Fall richtig cool. Und, ähm, ja, die versuchen eben halt dann, äh, sich da mit einzuintegrieren. Auch mit der ISDF. Und, äh, die versuchen ja natürlich auch mit denen klarzukommen. Und, natürlich, äh, kommen sie irgendwann auch dann in einen Kampf mit den Feuerdrachen. Das ging auch richtig ab. Da sind aber auch die Kolonie fast alle draufgegangen. Mmh, und das ist echt heftig. Also dieser Feuerdrach wird auf jeden Fall noch, äh, einiges um Ärger sorgen. Und, ähm, naja, wie der da muss sein. Also dieser Kampf ging auch richtig gut ab. Und, ähm, ja, also man muss ja erstmal auch in diesen Anime erfahren werden. Man denkt dann so, hä, was ist das für ein Blödsinn und so. Aber man muss erstmal reinkommen da in diese ganze Materie. Und irgendwann, denke ich mal, für Folge, für Folge gefällt es einen. So wie mir auch. Und, ähm, ja, ich würde es auf jeden Fall noch bis zum Ende anschauen. Ich finde auch Itami auch sehr, sehr lustig. Auch seine ganzen Kameraden, wie die mit dem ganzen Weifu-Kram da ankommen und so. Also total dröllig manchmal, kann man so sagen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, auch mit den ganzen anderen Einwohnern dort. Und, ähm, wie sie dann auch zusammenleben wollen. Auch die, die Sprache und, ja, wie sie eben halt diese Kultur eben halt kennenlernen wollen. Und natürlich irgendwann auch zu dieser einen neuen Stadt hingehen wollen. Und dort erstmal Diplomatie austauschen wollen und so. Also, man ist ja auf jeden Fall echt interessant. Man wird auch sehen, wie es auch weiterhin geht. Also, es ist einfach ein sehr, sehr cooler Anime. Das hat mich jetzt sehr, sehr gut überzeugt, selbst momentan. Und ich denke mal, den einen oder anderen kann sich da mit anschließen, der sich das auch angeschaut hat. Oder noch vielleicht wird. Ja, ansonsten, äh, wäre es eigentlich soweit. Ich will jetzt auch nicht groß hier so spoilern. Ich wollte einfach nur mal ausdrücklich halt so ein bisschen erklären. Und, ähm, ja, euch dafür gewissern, dass diese Anime recht empfehlenswert ist. Und deswegen habe ich immer einmal gedacht, mache ich einfach mal. Und, ähm, ja, ich wünsche euch dann auf jeden Fall viel Spaß dazu. Lass gerne mal Feedback, äh, für diesen Anime hier. Also, würde mich mal interessieren, wie ihr selber Gate findet. Also, soweit ihr erstmal, ohne jetzt hier zu spoilern. Sondern einfach nur mal eure Meinung dazu zu geben, wie ihr das selber findet. Und, äh, sonst eine kleine Bewertung machen würdet oder so. Würde mich mal interessieren. Ich würde erstmal in der Zeit, ähm, 8 von, also 8,5 von 10 geben. Und, ähm, ja, mal schauen, wie sich das auch weiterentwickelt am Ende. Ich will es auf jeden Fall am Ende anschauen. Und ich hoffe, hoffentlich ihr auch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Jika Tobi und haut rein. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ja, ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ja, ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ja, ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ja, ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ja, ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.